Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hans Showdown. Ich war mit der lieben Sonja und der Hanna auf der mittleren Map unterwegs. Wir hatten eine super actionreiche und mega spannende Runde, die ich will nicht so viel verraten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Bevor ich es vergesse, heute Mittag gibt es wieder einen DLC zum Abräumen live auf Twitch. Ab 14 Uhr geht es los, bis 18 Uhr. Wird mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Würdet ihr den Kaffee trinken, den diese Wildkatzen da ausgeschissen haben? Also mal abgesehen, jetzt mal angenommen, ihr würdet Kaffee-Liebhaber sein. Ja, nee, also es gibt ja auch Kaffee, der durch den Magen von Elefanten geht, weil die Magensäure den Kaffee besonders, also die Bohne besonders mild macht. Ja, so ist es ja bei diesen Wildkatzen. Ja, und nee, also, nee, manche Dinge müssen einfach nichts sein. Ja, also es ist klar, es ist gesäubert, aber ich meine, es muss ja auch durchzogen worden sein von dem Magen. Achtung, Raben. Wenn ihr da nachgehst, dürftest du auch keinen Honig essen. Im Prinzip ist es ja auch nur Bienenkotze. Ja, aber irgendwie ist die Vorstellung von Hütenkotzen, bist du eklig, wie ausgekackert ist. Nimm es aus, nimm es wieder auf, nimm es wieder aus, nimm es wieder auf, bis es halt passende Konsistenz hat. Also ich würde das von diesen, von diesen Viechern schon mal versuchen, einen Kaffee. Ich bin halt aber auch ein bisschen der Kaffee tränker, also von daher. Also eigentlich ist die Natur schon eklig, ne? Ich trinke weder Kaffee noch esse ich Honig. Ich so, ich esse, ich finde Honig auch eklig. Also jetzt nicht, weil das Bienen ausgekotzt haben, sondern weil es mir einfach nicht schmeckt. Ich finde Honig nicht so lecker. Bacon, Honig, die besten Sachen, die es auf der Welt gibt, ne? Ich esse ja Bacon, nur ich möchte es halt nicht essen. Ähm, weil es halt nicht so, ich habe immer das Gefühl, ich kriege einen Herzinfarkt, wenn ich zu viel Bacon esse. Aber einen Pfund Butter aufs Brot schmieren, das mache ich schon. Man hat Mut, hat Mut, ne? Hier ist ein Käfig. Ich sag mal so, wir haben ihn eh verkackt. Sektsioon. hier sind punkte minus 1 ich habe keine ausdauer ich habe kein gutes gefühl nach der sache von eben dabei haben wir den rücken geschlossen der klo ist noch nicht genommen dann müssen wir nix nicht weitlaufen haben Ja. Was ist hier? Uh-huh. Price. Ja. Hier ist... Flutschi. Jetzt kommt sie doch. Jetzt wollte ich sie stehen lassen, jetzt kommt sie doch. Das weiß. Weiß. Ja. Sonja, hast du was um... Brauchst du einen Eingreif-Trupp? Nein. Dann greife ich da rein jetzt, ja? Ja. Kommen. Aus Westen. Ja. Er schleicht ran. Pfeil und Bogen. Entschärft unter dir die Falle? Mhm. Nein. Das ist es? Nice. Es sind beide... Es sind schon zu zweit drin. Okay. Oh, okay. Hier. Einer hat es. Ich habe einen. Schön. Meine Tür ist unten aufgegangen. Ich habe ihn. Oh nein. Ich bin da. Ich muss mich heilen. Oh, habe ich mehr schon. Nee, kommt da hoch. Hier vorne? Nee, auf dem Dach bei mir. Ja. Zwei Hits. Komm mal. Nach links. Nach links. Na, Eule. Wir haben getraded. Ja. Bei dir an der Außenwand. Und hier. Ich muss heilen. Drei Mann. Alle bei Hanna. Ach so. Ach so. Ja, die legen jetzt wieder. Der ist ja hier! Der wurde mir nicht angezeigt. Oh, habe ich mir ja schon. Ich habe mich komplett gedreht. Alter. Ja. Ich habe mich extra komplett gedreht. Ach, die Sicht ist nach mir so doof. Ey, nicht. Ich habe mich extra komplett gedreht. Nein, Jan. Jetzt kriege ich einen. Weißt du, den Free Kill mache ich nicht. Ja, einer war unten bei Hanna. Und einer ist hier im Hof. Boah, ich bin erschrocken. Danke, Schütti. Warum gab es kein Hit? Er wollte die... Weiß ich nicht. Die Lussi heben. Wieder die Eule. Hier reicht's. Die ist drin. Gewesen. Die wird die Lussi im Hof heben. Wahrscheinlich. Tschö. 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 Ich bin nicht so gut. Danke. Ja. Der hebt den. Ja. Dann wie viele Sekunden hast du noch? Vier. Ja, zwei. Ich hole Hanna. Ja, ich geh schon. Geh du? Ja. Haben den gehoben. Ja. Laufend zu euch. Okay. Äh, äh. Ich hab zugemacht hier unten. Oh. Oh, ey was. Ich hab ne... Ich hab ne... Ich hab ne... Ich hab ne... Eine. Einer ist hier. Oh. Ich hab mich so erschrocken. Er vor Kreislauf jetzt. Alter Verwalter. Oben drauf. Benze aufgemacht oben. Ab ein. Ja. Ist nix von mir. Oh. 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 Der steht wieder. Der ist hier. Ich brauch Hilfe. Der ist hier. Ich brauch Hilfe. Hab ihn. Einer. Ja, ich schau. Auch da. Äh. Ja, ja, auch da. Oh. Oh. Da, also, da. Ohne Pumpe da wärs der jetzt echt verloren gewesen. Ohne Scheiß. Hm. Ich hab Geier. Ich auch. Oh, geirrt. Dann lauf ich Hannah hinterher. Danke. Boah, alter Schwede. Wer von euch... Sehr gut gemacht. Schweineköppen hat jetzt meine Lebell. Ich nicht. Ich sag nicht Schweinekopf zu mir. Ich glaube, der hier. Der hier. Ich meinte ja auch die, die hier die Toten sind. Ich weiß doch, ich weiß nicht. Da fehlen doch trotzdem noch welche, oder? Die sind fünf. Ich weiß nicht, ob es mir ja noch einen sechsten gibt. Ich weiß es auch nicht. Aber die hatten Beef. Hier hinten im Feld habe ich einen erschossen. Ich weiß nicht, ob der wieder lebt. Die hatten halt schon Stress vorhin, ne? Ja. Eingreifdruck. Stimmt. Doktor minus eins. Neh mal, Hanna. Ich fiel an. Oh, ist schon genommen. Das hat er unter mir schon genommen. Hier liegt er. Oh, das war ein Mann. Das war doch gerade noch da, als ich das genommen hatte. Das war nicht weg? Ne, dann ist das Baggy. Der Typ hat hier oben drin, dann hat er das nämlich genommen unter mir. Ah, okay. Hier liegt eine tolle Krack. Ah, nein, jetzt habe ich den gelootet. Hanna muss erst looten. Ja, Hanna kann ja noch. Ja, alles gut. Ihr habt schon wieder ein Heizglas gekriegt. Ja, hättest du mal zugelassen. Hätte ich noch reingreifen können. Was denn das? Das ist Nummer vier. Das ist nur, dass das zeigt, dass wir die nächste Runde jeder zwei Heizgläser mitnehmen sollen. Ne, ich möchte nicht, das klappt Ihnen. Nein. Das ist dein Ding. Mann, du tust es auch. Jetzt kriege ich die ab. Oh, warte mal. Wir setzen jetzt bei Juhn Brand. Oh, ne, ist das schon. Alle Beweise von ich. Burn in hell. Wo brauchst du denn so lange, Jan? Geh weg! Geh weg! Oh Mann. Oh Mann. Haut ab, haut ab! Haut ab! Oh! Oh! Das waren einfach neun Kills. What the fuck? War mir gar nicht so viel vor. Mir auch nicht. Ah, da war noch ein Duo-Team irgendwo. Was für ne Runde. Ähm, ich hab mich so erschrocken da unten. Das ist unfassbar. Ich hatte die ganze Zeit ganz, ganz hohen Puls danach. Ähm, das haben wir in letzter Zeit öfters mal gehabt, dass, wenn man Schattensicht genutzt hat, beziehungsweise, wenn du die Bounty hast und hast dann Schattensicht genutzt, dann hast du einen nicht angezeigt bekommen. Warum und weshalb weiß kein Mensch. Sonja hatte ja gesagt, dass da keiner ist, dann gehe ich raus und dann kriege ich einen vor den Latz geknallt, ähm, weil ich da halt null mitgerechnet habe, hab ich mich so dolle erschrocken, dass ich die ganze Zeit Herzrasen hatte. Das war schon sehr, sehr krass. Ähm, keine Ahnung, ist das ein Bug? Kennt, also kennt ihr das? Habt ihr das auch öfters? Weil ich hatte das auch letztens. Ich hab mich auch rumgedreht und hab den einen nicht gesehen. Und dann kam der auch von hinten ran geschlichen und hat uns dann ermordet. Der Drecksack. Ähm, weiß nicht warum das so ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das in letzter Zeit auch öfters gehabt habt. Ähm, ja, war doch eine sehr, sehr coole Runde. Die Crack wird so langsam zu meiner Lieblingswaffe. Ich spiel die echt gerne. Mosin und Crack, sensationell. Heste, vor einem halben Jahr hätte ich die noch in die Binsen geschmissen, weil ich die überhaupt nicht mag. Ich mochte die Visierung nicht. Also das Korn hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war mir zu klein irgendwie. Ähm, wenn du beispielsweise an eine dunkle Stelle guckst oder so, dann musst du dich echt konzentrieren, um das Korn zu sehen. Also mir ging es immer so. Aber jetzt habe ich den Kontrast nochmal ein bisschen höher gestellt. Auch vor einem halben Jahr ungefähr. Und, ähm, seitdem ist das super. Ich spiele das echt gerne. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Runde. Ähm, heute Mittag, wisst ihr Bescheid, gibt es wieder ein DLC im Livestream ab 14 Uhr auf Twitch. 1049.de heiße ich dort wie hier. Würde mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Ich bin, kippt einfach 1049 auf Twitch ein oder unten bin ich verlinkt. Ähm, game.de ist unten verlinkt. Und, ähm, die haben mir den Teamspeak extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt ihr auch game.de gerne mal besuchen. Gerade, wenn ihr selber Teamspeak machen will. Rootserver, Gameserver, Webserver, etc. Sucht seid ihr an einer super Adresse. Ähm, Holy Energy ist unten verlinkt. Eine gesunde Alternative zu Red Bull Monster. Kein Zucker, kein Scheiß. Nur natürliche Inhaltsstoffe. Guckt es euch mal an. Ich bin mega begeistert. Unten der Link und zwei Rabattcodes. Ähm, unser Discord ist unten verlinkt. Und jetzt hoppt einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch oder morgen 9.30 Uhr auf YouTube. Tschüss.